Wir schauen uns eine Funktionsscha an und untersuchen sie auf Nullstellen, Ableitungen, Extrempunkte und Wendepunkte. Viel Spaß! Wir haben schon ein Erklärvideo zu diesem Thema gemacht. Wenn ihr noch gar keine Ahnung von Funktionsschaden habt, dann schaut euch das am besten vorher an. Nochmal eine ganz wichtige Info für dieses Video hier. Ihr müsst k immer wie eine Zahl behandeln. Dann kann nicht viel schief gehen. Legen wir also los. Die Funktion, die wir uns anschauen, lautet fk von x gleich x hoch 4 minus kx Quadrat. k kann jede reelle Zahl sein. Die Info ist ganz wichtig, weil, wie ihr das recht schon erahnen könnt, es bei den Lösungen einen Unterschied macht, ob k kleiner, größer oder gleich 0 ist. Gut, dann starten wir mit den Nullstellen. Dazu einfach fk von x gleich 0 setzen. Ihr seht schon, jedes Element hat ein x bei sich, also müssen wir das ausklammern. In diesem Fall kann man sogar ein x Quadrat ausklammern. Hier sieht man jetzt, dass eine Nullstelle auf jeden Fall bei x gleich 0 liegt und eine andere bei x Quadrat minus k. Das müssen wir jetzt noch nach x umstellen. Dazu rechnen wir plus k. Und dann ziehen wir plus minus die Wurzel. Die zweite Nullstelle liegt also bei Wurzel k und die dritte bei minus Wurzel k. Wir haben es aber vorhin schon angesprochen. Es macht hier einen Unterschied, ob k kleiner, größer oder gleich 0 ist. Immer dann, wenn k eine beliebige reelle Zahl sein kann, dann solltet ihr etwas genauer hinschauen und überprüfen, ob es einen Unterschied macht, dass k kleiner, größer oder eben gleich 0 ist. Was ist, wenn k größer als 0 ist? Nichts. Dann gehen alle Lösungen auf. In dem Fall liegen die Nullstellen also bei 0, 0, 0 Wurzel k und 0 minus Wurzel k. Was passiert, wenn k gleich 0 ist? Schauen wir uns das mal an. Die Nullstelle bei 0, die bleibt natürlich. Die hängt ja nicht von k ab. Aber die anderen beiden Nullstellen, die werden auch zu 0, weil die Wurzel aus 0 ja 0 ist. Im Fall k gleich 0 gibt es also nur eine Nullstelle bei 0, 0. Was ist, wenn k kleiner als 0 ist? Die Nullstelle bei 0 bleibt natürlich bestehen, weil die ja nicht von k abhängt. Die anderen Nullstellen fallen allerdings weg, weil man keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen kann. Und wenn k kleiner als 0 wäre, dann müsste man ja die Wurzel von einer negativen Zahl ziehen. Das heißt, für den Fall, dass k kleiner als 0 ist, hat der Graph auch nur eine Nullstelle bei 0, 0. Sehr gut. Machen wir weiter mit den Ableitungen. Das ist wieder ganz easy, wenn man sich vor Augen hält, dass k wie eine Zahl behandelt wird. x hoch 4 ist abgeleitet 4x hoch 3 und minus kx Quadrat wird zu minus 2kx. 4x hoch 3 ist abgeleitet 12x Quadrat und minus 2kx ist abgeleitet minus 2k. Fehlt noch die Drissableitung. 12x Quadrat wird zu 24x und minus 2k, genau das fällt weg, weil k ja wie eine Zahl behandelt wird. Weiter geht's mit Extrempunkten. Hier auch wieder das Verfahren, wie ihr es schon kennt, anwenden. Man startet mit der notwendigen Bedingung. Da rechnen wir die Nullstellen der ersten Ableitung aus. Wieder haben alle Elemente ein x bei sich, weshalb man das ausklammert. Eine Nullstelle liegt also bei x gleich 0 und die anderen bei 4x Quadrat minus 2k. Hier bringen wir erst die 2k auf die andere Seite und teilen dann alles durch 4. Zuletzt muss man noch plus minus die Wurzel ziehen und erhält dann, dass eine Nullstelle bei Wurzel von 1,5k und eine bei Minuswurzel von 1,5k liegt. Ihr seht es schon auf der rechten Seite. Auch hier muss man sich Gedanken machen, welchen Einfluss es hat, wenn k kleiner, größer oder gleich 0 ist. Wir starten wieder mit dem Fall, dass k größer als 0 ist. Hier ist wieder alles safe, da gibt es keine Probleme. Bei k gleich 0 ist das anders. Wieder verschwinden die zweite und dritte Nullstelle. Macht ja auch total Sinn. fk von x ist ja x hoch 4 minus kx Quadrat. Wenn k 0 wird, dann fällt der hintere Teil weg und stehen bleibt nur x hoch 4. Und x hoch 4 sieht ja so aus. Hat also nur eine Extremstelle bei x gleich 0. Genauer gesagt, ein Minimum bei x gleich 0. Was passiert, wenn k kleiner als 0 ist? Genau, das was vorhin auch schon passiert ist. Wir können keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen, weshalb die zweite und dritte Lösung wegfallen und nur eine Extremstelle bei x gleich 0 übrig bleibt. Weiter geht es dann mit der hinreichenden Bedingung. Wir müssen überprüfen, ob f' k von x ungleich 0 ist. Da schauen wir uns jetzt eine Lösung nach der anderen an. Los geht es mit x gleich 0. f' k von 0 ist minus 2k. Für k größer als 0 ist minus 2k negativ, weshalb an der Stelle ein Maximum liegt. Für k kleiner als 0 ist minus 2k positiv, weil k dann ja irgendeine Zahl mit einem Minus ist und die beiden Minus sich aufheben. Für k gleich 0 haben wir ja vorhin schon gesehen, dass da ein Minimum liegt. Fehlen noch die dazugehörigen y-Werte der Extremstellen. Einfach x gleich 0 in f' k von x einsetzen. Da kommt 0 raus. Also liegt bei 0,0 ein Tiefpunkt für k gleich bzw. kleiner als 0 und ein Hochpunkt bei k größer als 0. Weiter geht es mit der Stelle Wurzel aus 1,5k. Denkt dran, da müssen wir nur k größer als 0 beachten, weil die anderen k's da keine Extremstellen haben. f' k von Wurzel von 1,5k ist 4k. k ist größer als 0, also ist auch 4k größer als 0. Deshalb liegt an dieser Stelle ein Minimum. Die y-Koordinate finden wir heraus, indem wir Wurzel von 1,5k in fk von x einsetzen. Raus kommt da, minus 1,4k². Der Tiefpunkt hat also die Koordinaten Wurzel von 1,5k und minus 1,4k². Genau das gleiche machen wir dann auch mit der Stelle Minuswurzel von 1,5k. Wir gehen da mal etwas schneller drüber, weil es echt genauso wie gerade geht. Raus kommt auch hier, dass an der Stelle ein Minimum liegt. Die genauen Koordinaten des Tiefpunktes lauten Minuswurzel von 1,5k und minus 1,4k². Puh, fehlen nur noch die Wendepunkte und dann sind wir auch durch. Los geht's mit der notwendigen Bedingung für Wendepunkte. Wir müssen also die Nullstellen der zweiten Ableitung von fk von x herausfinden. Hier können wir direkt plus 2k rechnen, durch 12 teilen und dann wieder plus minus die Wurzel ziehen. Durch die Fallunterscheidung gehen wir jetzt auch etwas schneller durch, weil ihr das mittlerweile bestimmt durchblickt habt. Für k größer als 0 ist wieder alles safe. Bei k gleich 0 wissen wir schon, dass bei x gleich 0 ein Tiefpunkt liegt, deswegen kann da kein Wendepunkt liegen. Bei k kleiner als 0 wieder das gleiche Spiel wie vorhin auch. Man kann nicht die Wurzel aus negativen Zahlen ziehen, deswegen gibt es für k kleiner als 0 keine Lösung und damit auch keine Wendepunkte. Gut, überprüfen wir dann noch schnell, ob es sich um eine Rechts-Links-Krümmung oder Links-Rechts-Krümmung handelt. Wenn man Wurzel von 1 Sechstel k in f-strich-strich-K von x einsetzt, dann sieht man sofort, dass das größer als 0 ist, wenn k größer als 0 ist. Da liegt also eine Rechts-Links-Krümmung vor. k gleich 0 und k kleiner als 0 müssen wir ja nicht überprüfen, weil die ja rausgefallen sind. Wie lautet der y-Wert des Wendepunktes bei Wurzel von 1 Sechstel k? Dazu einfach den Wert in fk von x einsetzen. Raus kommt minus 5 sechstendreißigstel k². Ein Wendepunkt liegt also bei Wurzel von 1 Sechstel k und minus 5 sechstendreißigstel k². Okay, und wie sieht es bei Minuswurzel von 1 Sechstel k aus? Da schauen wir uns zuerst die Krümmung an, indem wir das in die dritte Ableitung einsetzen. Wieder geht es ja nur um den Fall, dass k größer als 0 ist. Deshalb ist 24 mal Minuswurzel von 1 Sechstel k definitiv kleiner als 0. Es liegt also eine Links-Rechts-Krümmung vor. Jetzt nur noch den y-Wert des Wendepunktes berechnen. Also einfach f von Minuswurzel von 1 Sechstel k ausrechnen. Raus kommt hier auch minus 5 sechstendreißigstel k². Der zweite Wendepunkt hat also die Koordinaten Minuswurzel von 1 Sechstel k und minus 5 sechstendreißigstel k². Und damit sind wir fertig. Noch zwei wichtige Punkte. Erstens, ab jetzt müsst ihr immer dran denken, dass wenn k jede reelle Zahl sein kann, dass man dann oft eine Fallunterscheidung machen muss. Zweitens, wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie man die Ortskurven der Extrem- und Wendepunkte berechnet, dann schaut mal in unseren Videos zum Thema vorbei. Damit sind wir durch. Hoffentlich hat euch das Ganze weitergeholfen. Abonniert gerne unseren Kanal oder guckt mal auf unserer Website vorbei. Ciao!